So Leute, es geht noch besser. In zwei Stunden 100 Kilometer war jetzt nicht schlecht. Aber ich sitze schon wieder. Mein Auspuff hat drungen gedröhnt, so komische Geräusche und allen Kram. Und dann nur Baustellen. Jetzt habe ich geschafft. Es ist jetzt 20 nach 6. Gut, ich habe mich ein bisschen mal erholt vom Sitzen. Das ist jetzt nicht ganz so bequem. Aber ich habe jetzt geschafft, in zwei Stunden 50 Kilometer zu machen. Ich weiß nicht, was diese Diskussionen sollen. Schnell auf der Autobahn. Ich weiß auch nicht, wo die Gelder hingehen. Diese ganzen Steuern, die wir alle bezahlen für irgendwas. Wir haben nur Baustellen. Man sieht keine am Arbeiten. Man steht nur im Stau und so. Und die Leute sind alle ein bisschen durchgeknallt. Also, naja, ich gucke mal. Ich denke, wenn ich Glück habe, bei Einsätzen der Dunkelheit, ich habe jetzt ein Drittel geschafft, bin ich dann vielleicht, oder vor Mitternacht, bin ich dann am Ziel eingelangt in Heilbronze. Aber ihr werdet das ja verfolgen. Bevor ihr schlafen geht, nochmal gucken. Wenn ich da sein sollte, dann setze ich nochmal was rein. Bis dann, euer Rollerolf. Ciao. Und guckt euch mal an, hier. Alles sauber, super. Das ist der Hammer. Aschenbecher gibt es hier auch nicht, aber ich schmeiß meine Kippe nicht auf den Boden. Also habe ich die mitgenommen. Übrigens Stichwort, genau. Ich muss mir noch eine Zigarette anzünden, schnell. Bevor das hier losgeht. Das ist ja ekelhaft, echt. Aber egal. Leicht kann jeder. Ich suche mir die schwierigen Situationen aus. Ich kriege ja auch immer so Roller, wo andere nicht mehr rangehen wollen, die schon seit Jahren tot sind. Also warum soll man mir so eine Fahrt von knapp 500 Kilometern einfach verlaufen? Das ist nicht Rollerroll. So, jetzt schnell ausmachen, weil ihr solltet nicht sehen, dass ich rauche. Gut, trinken tue ich nicht. Ich trinke Flüssigkeit. Weil ich habe eben da noch reingeguckt. Kaffee, knapp drei Euro. Mal aufs Örtchen, 70 Cent. Nee, 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 ich mache Hardcore. Da läuft sowas nicht. Geld einsparen und so. Außerdem verbraucht man eh nicht so viel. Das muss ich ja wieder reinholen. Okay, jetzt reicht's. Bis dann. Und nachher nochmal gucken, vorm Schlafen gehen.